Hallo Ethan! Hallo Frank! Wie geht es euch? Habt ihr Lust, Wasserbomben zu werfen und Farben zu lernen? Großartig! Dann lasst uns spielen! Nimm eine Wasserbombe aus dem Schwimmbecken und wirf sie auf Frank, Ethan. Frank, du musst versuchen auszuweichen. Welche Farbe wirst du werfen, Ethan? Rot! Versuch es noch einmal, Ethan! Aha! Die Farbe ist blau! Das war lustig! Jetzt bist du an der Reihe, Frank! Such dir eine Farbe aus, Frank! Gelb! Toller Wurf! Nimm noch eine, Frank! Grün! Du hast das Ziel getroffen, Frank! Ja, das war lustig! Du bist an der Reihe, Ethan! Lila! Juhu! Sehr schön! Wirf noch eine, Ethan! Orange! Juhu! Jetzt bist du nass, Frank! Farben lernen mit Wasserbomben macht eine Menge Spaß! Sollen wir sie wiederholen? Juhu! Rot! Blau! Gelb! Grün! Lila! Orange! Wir hatten heute so viel Spaß! Juhu! Juhu! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns! Bis zum nächsten Mal!